Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Inter... äh, zu einem Party-Blob 2. So, Ablösbirne und ab zum Unterwasser-Level, wie versprochen. Wie? So. Dieser Tunnel wird schon seit einiger Zeit nicht mehr genutzt. So, dann gehen wir mal runter. Wer weiß, was hier unten vergessen wurde. Blub, 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 blub. Geilig. Njum. Wow. Sehr geil. Oh. Boah, jetzt treiben wir wieder hoch. So. Und wir bekommen wieder Farbe. Wow. Ein Muster. Und das waren alle 10 jetzt. Geil. Wir warten, na? Vielleicht... Geht's da noch was? Ich denke aber nicht. Egal. Schauen wir mal runter. Und das war unklug von mir. Egal. Erblown. Ich bin ein bisschen ein. Ein bisschen ein. Ich bin ein. Aber ich kann nicht mehr aufgerufen. Ich kann nicht mehr aufgerufen. ja bravo und rein die röde wieder hoch also cool so kommen wir wieder zurück ich will sagen den geheimen Höheningang irgendwie finden das interessiert mich jetzt dann schon irgendwie wo war denn der kann sich irgendwie äh sichtding oder so egal wie schon mal da oben nach kann sein dass da oben ist oder so das kann überall sein wo irgendwie fels ist aber rotiere nicht so aus ne rotiere ziemlich böse aus naja oder oben vielleicht eine sekunde hier hier ist glaube ich gewesen perfekt diese hülle führt tief in die klippen hinein das war blau holen und interagenten interagenten äh ich höre interagenten in die tiefe trommeln halt deine farbe hoch ja gerne so 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 da ist die Inspiration die ich sehe wii hihihihihihih bam so das wir mal hoch und dann mal da hoch und dann wieder lang schießen mich wird es ein bisschen nur Salz noch wahr muss ich da nachgucken auch nichts oh gut dann gehen wir mal noch einmal zurück jetzt müssen wir die Inspiration aufgabeln glaube ich mal und ja perfekt das freut einen doch einen richtig schönen Keks wir gehen aber direkt wieder rein denn wir haben ja noch was vergessen so 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 ich bin mal hoch hier und dann gehen wir so links lang wow knapp blüpf so jetzt gehen wir nochmal da lang und dann die Karte sehr schön was passiert jetzt wow Handy Klingelton muss ich kurz unterbrechen eine Sekunde so wieder da hier schauen wir gleich weiter was gibt es noch alles ich glaube jetzt können wir hier runter ja ja sieht so aus sieht sehr danach aus und Inspiration als Belohnung sehr stark jetzt gehen wir auch hier raus und machen noch die ähm 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 nebenaufgaben lasst mich raus yeah so warte was sind die restlichen äh palmenaufgaben oder so wie man das am besten nennt ach ich zieh den Baum schon müssen wir da hoch ah der wo war er denn da unten da da nein oh was denn der scheiße das heißt mal wieder Unglück pur ey also klar ah blöd das genau solche Penner ey die bauen genau genau da drunter bauen die so ein Wasserteil so perfekt dann der nächste Baum ist da hinten so gleich zum nächsten Baum 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 oben damn da hoch hey kreuzationsdienstel was unter uns unter uns ah da okay ah gold perfekt ja so dann denke ich müsste wir alles haben außer ein paar Inspitationsdinger was dann nicht so schlimm ist gut dann würde ich sagen beenden wir mal das Level an ganz ehrlicher Weise wow da können wir noch schnell rein da waren wir noch nicht drin das sieht aus wie der Fabrikabschluss was für ein schicklicher Ort zum Arbeiten niemand will seine Tage damit verbringen pure Tinte zu pumpen rette die graulinge blob okidoki Dinger acht sind das noch das müsste dann perfekt reichen haben um Gold zu bekommen oh fick dich doch du schlampengeburt ja geil spring doch noch mal rein du kleiner verwechster Penner ey ja wo gibt's denn hier was da war doch der Scheiße nirgendwo scheinbar doch hier wow ich danke dir sehr ja klar man alter rege mich halt auf diese halt alle blocken so da könnt ihr mich jetzt mal ey so ach komm das ist doch ein scheißdreck ist das ey echt ach komm das geh mal hoch du Penner ach ehrlich ey es ist hier so zum kotzen so nein mann spring doch du klein nimmst Geburt ach komm das kannst du mir halt voll in den Arsch schieben ey meine Fresse da muss ich drauf springen wenns da muss ich hoch springen so und boah endlich ey ah Gold und geschafft zuwitz zficken den Mutere hammer was für ne Scheiße dann beenden wir das leider hier mal ich denke mal wir haben ganz viel geholt wir haben die bleich TV-Produktion abgeschaltet nun können die Leute die Strasse hintergehen ohne Angst vor hüten Scheiben haben zu müssen Genosse Schwarz hat sie überall nach Baudia geschickt seine Pläne erreichen weit über Prisma City hinaus wenn du hier mit Anmalen fertig bist werden wir uns weiter mit seinem Fall befassen bist du bereit den Level zu verlassen ja wir sind bereit und nimm uns wieder mit also ich fand es ja im ersten Level fand ich es ja relativ besser wieder abspann zumindest so weiter Rang S wie immer alles Gold neue Stimmung neue Plop-Gruppe und neuer Film schön Daten werden gespeichert ich meine erfolgreich so dann war es das mit diesen Part mit dem jetzigen Tollhaus bis früher geheißen hat die Inks Bleich also Bleich TV-Fabrik und den nächsten Part machen wir die Gefängnis äh den Gefängnis zu das Straflager von Genosse Schwarz wo alle seine Gegner ohne Verhandlung festgehalten und lächerlich gemacht werden 50 Inspiration jetzt wieder ja dann würde ich sagen oh mein Hass Level haha naja egal dann würde ich sagen verabschiede ich mich mal also tschau Leute bis zum nächsten Mal